Jo Leute was geht und willkommen wieder mal zu einem neuen MCU. Und heute Leute geht es wieder mal um Muxcraft. Kommentiert mit eurer Meinung in den Kommentaren, weil hier ist auf meinem Kanal Meinungsfreiheit Freiheit erlaubt. Der Teamleiter Arexora, da kommen wir auch gleich dazu, hat nicht mal komplettes Game Mode, sondern kann manche Sachen nicht benutzen. Hier sieht man, wie der nette Arexora mir XP droppt. Weiter noch, bisschen noch. Mach mal die Mucke aus, das nervt. Gleich fertig, weiter. Okay, stopp, okay, reicht, danke, danke. Hier, Marint, kommen wir mal zu dir. Wenn Wanner im Chat schreibt, ist unklar. Er schreibt eigentlich nie in den Chat. Aber wenn es um Spenden geht, natürlich, Paytick gerade auswählen. Also, Peter, früher warst du so, bist immer noch so, wenn du supportest, dann nur um Geld. Da hast du mich angeschrieben und meinte so, ja, hier, du wirst sehen, was das für Konsequenzen hat. Das Problem, warte, ich kann ganz kurz mal schauen. Das kannst du jetzt wirklich sagen. Da phone, das war das so, warte, aconteceu lassen, ich herzlich, na binde so lange病. Ich bin ausgüß, was dabei am 2 Reinhardados kam. erwähem dich. Tm kindre res temporal, warte, wir irgendwie nicht sch KY dysfunction,